und ja wir müssen schnell markter um aufsuchen was ist schnell wir müssen markt aufsuchen das ist unser ziel passt auch ganz gut so zu sagen das sind ja schon fast hier bis oben was haben wir für Exits Expo Collapse Crane naja so ich habe den schlüssel gefunden sozusagen ich müssten wir jetzt nicht kaufen aktuell größer um die 20 millionen gehandelt auch noch den marktrum key fürs dorms er hätte nicht gemacht ja doch gemacht haben wir alles da das war nicht übel ach da liegt ja noch was was ist das alter wollt ihr mich verarschen injectors case green card alles was ist das junge ich ejakuliere eine 5 7 mit schalli alles vom feinsten aber hier ist noch mal nichts hier ich versuche jetzt hier oh hier ist noch was was geht das mit da rein nee so und das ist mein helm also den nehme ich mal weg nicht dass was drunter liegt das lohnt sich ja richtig ich glaube deswegen sind die keys auch so teuer eine zeichnung hast du dir den marktrum key für turms hinterher geschmissen ist hier noch was dran das ist noch was das ist mir nicht übel das ist mein erstes spiel meine augen sind noch nicht richtig fit sozusagen die müssen also ich bin jetzt nicht aufgestanden aber es ist halt das erste spiel und da müssen die sich erst wieder an diese Spielsituation gewöhnen so an diese Sicht an diese Grafik und alles und zumal es hier bei mir auch ruckelt also FPS technisch ist das ja auf Streets bei mir die Hölle das schwirrt alles so nach brauche ich 1-2 Raids da passt das alles wieder gut geil jetzt lass mal die Green die Krippe alter geil oh dass ich mal eine geile Karte Green Card äh eine Black Card das ist ja auch so wo geh ich denn jetzt hin Expo was haben wir noch Courtyard Primorski Collapsed Train Expo Checkpoint Courtyard Taxi Taxi habe ich kein Geld mit warum habe ich kein Geld in das Ding reingesteckt Ja gut dann arbeiten wir uns trotzdem mal hier lang und gucken ob Courtyard offen ist wenn nicht geht's zum Collapsed Train dann schießen wir dort das Geps über einen Haufen und machen uns raus mit der geilen Fracht mit der geilen Fracht oh die ist ja abgeschlossen 10 Aufladung und der Schlüssel nur ja 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 schnitt 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 jetzt mehr schnitt und das für Typen und das für Typen Oh Das ist immer kaputt Klippen lassen wir schnell fallen Okay SP6 Eine Flair, alleine habe ich keine Pistole mit, sonst könnte man da hinten raus Okay 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 Alter was ist denn jetzt hier? So So ist das schon gut und man kann die blöden Steps kommen Okay 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 Oh Nice Wir haben ja auch eine AS-Wahl, da können wir die direkt einsetzen Im Echtzeitbetrieb Im Echtzeitbetrieb Nimmt sich nicht viel Aber meiner ist versichert Oh Mann Hör doch mal auf Deswegen ziehe ich immer alles von Hand rüber, weil ich nie weiß wo er es hinpackt Magazin und Munition packt er immer sonst wo hin Also immer um die Weste Und das will ich eigentlich gar nicht So Ähm Gut Wir wollten ja zum Dings Wie 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 wiege ich denn schon wieder, sag mal 48 Ach komm ja das Bajonett kann auch weg Ripp Ripp Könnenbord Fünf Schuss weg Taugt alles nichts Könnenbord Just Hör doch mal 구요 Mann Mann Fall né Vab Vab S Vab Das war's für heute. 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 Das war's für heute.